Am Anfang hatten wir schon so ein bisschen, haben wir uns gedacht, ui, wir haben uns die Latte sehr hoch gesetzt, weil wir mussten ja doch Leute finden, die Karl oder Karel oder Karolina heißen, die mitmachen auch noch. Und das war am Anfang schon so ein bisschen schwierig. Und wir haben uns dann aber halt richtig reingekniet und deswegen eben auch nochmal das Karls Café, das jetzt da drüben stattfindet, um das nochmal zu feiern, diese Verbindung, die da gelungen ist zwischen dem Karls von heute und dem Karls aus der Geschichte. Und wir haben uns dann noch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Mich interessiert eben der Spieltrieb, der eben in den Modelleisenbahnen zur Geltung kommt und dort sozusagen ausbricht und bis zur letzten Konsequenz durchgezogen wird. Ich könnte jetzt auch genauso gut Modellflieger nehmen oder irgendwelche fanatischen Rollenspieler oder so. Das geht natürlich auch. Also die Modelleisenbahner stehen für andere auch. Ich selbst interessiere mich nicht für Modelleisenbahnen, sondern nur für die Modelleisenbahner. Ja, hier bin ich weitergegangen in diesem Fahrradabteil und habe hier den einzigen österreichischen Postbahnraub, der jemals stattgefunden hat, mittels Karton in einem Stop-Motion-Video zu rekonstruieren versucht. Dieser Postbahnraub hat stattfinden können aufgrund einer Modellbahnzeitschrift, wo man einen Modellplan eben von einem Postbahn gesehen hat. Und aufgrund dessen konnten sich die Räuber orientieren, konnten wissen, wo sie einbrechen, sind dann in das Klofenster eingedrungen und haben eben dort in Ollersbach an der Westbahn in den 1984er Jahren die Postbahn ausgeraubt. Das ist hier. Und hier sieht man einen Eisenbahner, der sein ganzes Haus der Eisenbahn unterjocht hat. Der hat alles in Schachteln verpackt, jeder Kasten ist mit Modelleisenbahnen gefüllt. Er selbst ist natürlich selbst auch Eisenbahner. Er hat sozusagen auch davon gesprochen in dem Film, dass er die Überquerungen zwischen den Türen und den Fenstern eben mit Brücken überbauen will, wo dann sozusagen durchgeschlupft werden muss, um in den nächsten Raum zu treten. Das ist aber an und für sich kein Problem für die Familie, die natürlich mit ihm in diesem Haus wohnt, weil, wie er sagt, die einfach mitspielt. Dahinter dieses Projekt habe ich für Adnang Buchheim gemacht. Also die Arbeit, die ich eigens für Adnang Buchheim entwickelt habe, hat stattgefunden im Modelleisenbahnclub von Adnang Buchheim in deren Clubheim. Und wir haben sozusagen ein leeres Haus vorgefunden, das ich dann mit Möbeln bespielen durfte. Das ganze Haus habe ich dann eingerichtet. Und diese Möbel haben wir dann gemeinsam miteinander zersägt und zerschnitten und so weiter und so fort. Und die Eisenbahner schließt sozusagen diese Architektur dieses reinszenierten Eigenbrödlers noch einmal für sich selbst. Die hat eine Kamera von einem Modellhubschrauber drauf. Das ist ein reines Filmprojekt, das auch nicht stattfindet jetzt tatsächlich als Installation, die man sich anschauen kann, sondern das ist ausschließlich in diesem Waggon hier auch zu sehen. Das ist ein reines Filmprojekt, das auch nicht stattfindet. Das ist ein reines Filmprojekt, das auch nicht stattfindet. Das ist ein reines Filmprojekt, das auch nicht stattfindet. Das ist ein reines Filmprojekt, das auch nicht stattfindet. Betrag genau einwerfen, Automat kann nicht wechseln. Okay, 26 und Betrag 1 Euro. Okay, zwei, sechs. Wenn ein Güterzug durchgefahren ist, dann habe ich mich manchmal ganz dicht an die Geleise gestellt und habe gesungen, ganz laut, geschrien fast. Drei, sechs, eins drüber, hey! Vorsicht, Bahnsteig 2, Zug fährt durch. Hey, kleiner Jungemann, kannst du mir helfen? Bei mir funktioniert das nicht. Ich bezahle Sie auch, wenn Sie mir helfen. Sprechen Sie kein Deutsch? Please help me, I'll pay you. Aber das Tollste ist Fliegen. Alle drei Dimensionen. Rauf, runter, vor, zurück, links und rechts. Freie Bewegung. Freie Bewegung. Freie Bewegung. Zuerst will man etwas und dann hat man es. Also, willst du mich noch oder hast du mich schon? Was? Franz, was soll das denn? Wärst du glücklicher, wenn ich nicht mehr nach Hause käme? Geht es wieder um deine Fahrwerke? Ha? Franz. Bist du noch da? Bist du eigentlich nicht mehr? Ja, gar nicht mehr? 已經 Mund, weil du nun ein interessantes war. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und wir alle sind da mehr oder weniger rumgestrollt Und noch die wenigsten werden gewusst haben, was wir überhaupt machen wollen Und zu Hause fing dann insofern die Arbeit an Als man sich mit der Geschichte des Ortes beschäftigt hat Und mich hat wahrscheinlich, wie so viele Künstler, zunächst natürlich der April 1945 sehr beeindruckt Also der auch ein Trauma im Grunde, der die ganze Stadt traumatisiert hat Und das war auch der Punkt, wo ich dachte, damit möchte ich arbeiten Dann hat sich aber im Laufe der Zeit der Wunsch entwickelt Das also möglichst indirekt anzusprechen Und über das Bild, was ich erzeuge, auch noch ganz andere Assoziationsebenen zu erzeugen Und ich befinde mich nun mal jetzt im alten Kino Die Auswahl des Raumes hat dann insofern die Arbeit beeinflusst Als ich dem nichts hinzufügen wollte Sondern mit dem arbeiten wollte, was schon vor Ort ist So wie sich der Phönix quasi erhebt und feurig wird So habe ich versucht, diesen Vorhang auch dynamisch zu machen Feurig zu machen und diesen ganzen Raum zu durchblasen Wenn man jetzt weitergehen will und weitergehend interpretieren will Dann ist es natürlich auch ein durchstürmendes Ortes Eine Dynamik, die ich dem Ort selber wünsche Entdeckblasen, dieser Last der Geschichte Und wie immer bei diesen prozessualen Bildern ist es eben so Dass das, was bleibt, nur in Erinnerung ist Das heißt, alle, die diesen Sturm gesehen haben Alle, die dieses Bild jetzt im weitesten Sinne Also mit den vielen Bedeutungsebenen, die es, glaube ich, hat Erfahren haben, werden vielleicht Und das wäre mein Wunsch Sich, wenn sie diesen Raum zu anderer Zeit betreten Wird dieses Bild wieder aktiviert Und man erinnert sich an, dass dieser Vorhang, der noch 50 Jahre da so hing Und so peu à peu verstaubte Dass es einen Moment gab, wo der einfach mal ganz wild geworden ist Und da einfach mal ganz wild WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Hallo. Proste. Mein Vater hat mich gut, aber ich muss immer sagen, ich ist gut. Aber ich bin gar nicht zu viel. Entschuldigung. Wir sind Kicke. Über die Kicke. Über die Kinder, ja. Ich bin der abwimmende Kind auf der Straße, aber von einer anderen Rasse. Ich bin der abwimmend. Ohne die Hände. Ohne die Hände. Ja, was ist, wenn man hänger bleibt? Nein, das ist ja nicht. Ich glaub, dass die Kerstin frei ist. Genau, sowieso. Dann gibt's da mehr Federn, weil ich noch mehr Klingel. Ja, genau. Oh, Mann. Wir fahren nach oben, schauen, dass man die Hände flach hinkriegt. Nein, doch. Ohne die Hände flach. Ja. 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 Ja.